Machen wir mal lauter. Prinzipiell würde ich immer dazu raten, erst die FOH-Lautstärke zu machen und den Monotoner gar nicht anzurühren. Bei diesem Pult ist es jetzt so, dass der AUX-Regler Prefader ist. Ich mache den jetzt mal auf 0, dann ist der FOH weg, aber den Monitor höre ich immer noch.